Hey Leute, was geht ab und dann herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, haben wir gestern im Stream den 48 Stunden Stream von Lukas und Clash Games geradet. Ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, wie die beiden auf dem Raid von mir reagiert haben. Ja, falls es dir gefallen sollte, lasst euch jetzt schon mal einen Daumen nach oben dran. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um kein weiteres Brawl Stars Video zu verpassen. Aber um mich zu sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum herum, gehen wir wieder drüber in das Video. Ey, auch so random, ich hab halt einfach mal, ja, heute Mittag mal Lukas Stream aufgemacht, keine Ahnung, einfach mal angeschaut. Ich hab gar nichts in den Chat geschrieben und auf einmal schreiben Leute ein Hashtag Feuerdurch in den Chat, also irgendwie so zwei, drei Leute und dann kommt Lukas und liest einfach so, oh, Feuerdurch, danke für den Raid und auf einmal fängt der ganze Chat an Hashtag Feuerdurch zu spammen, ohne dass ich selbst was in den Chat geschrieben hab, man. Ja, oh ja, was soll man sagen, meine Freunde, das war der heftigste Raid ever, also, an dem ich nicht mal beteiligt war. Jetzt müsste es gleich kommen, auf jeden Fall, das war so witzig, weil wie schon gesagt, ich hab da gerade zugeschaut, ganz random, aber halt nix in den Chat geschrieben, man. Hashtag Feuerdurch, lol, ist das hier ein Raid von Feuerdeutsch oder wie? Ah, nicht, dann irgendwie nur so zwei geschrieben, oder? Okay, jetzt haben die zwei geschrieben, ne? Ich weiß grad nicht, ehrlich gesagt. Ja, und dann ist gleich, hat's komplett abgefangen, der ganze Chat war nur noch von der Hashtag Feuerdurch. Feuerdeutsch Raid, danke dir, Feuerdeutsch. Ja, schaut, und hier war's auf jeden Fall halt der ganze Chat von der Hashtag Feuerdurch, du hast, und vor allem, wenn du da halt selber zuschaust als Streamer, dann wird das ja immer so hell vorgeleuchtet, und der ganze Chat war nur noch gelb, also, Real Talk, das war größer Raid, den ich, also, ich hätte den Raid selbst, also, hätte ich den Raid selber halt quasi gemacht, dann wäre der wahrscheinlich kleiner gewesen, das war ein bisschen RIP. Okay, meine Freunde, will ich sagen, soll's das auch schon für heute gewesen sein, dann raiden wir jetzt noch Lukas, meine Freunde, wie schon versprochen. Ey, macht alle unbedingt mit, meine Freunde, wir werden nur im Chat von Lukas gesehen, wenn jeder von euch jetzt gleich rübergeht, und Hashtag Feuerdurch, bitte, 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 macht alle mit, meine Freunde, wir wären mega, mega cool, wenn ihr uns jetzt gleich mitbekommt. Ich hoffe auch, dass ihr uns überhaupt sieht, weil es könnte rein theoretisch passieren, dass wir nicht von Lukas gesehen werden, das wäre ein mega, mega RIP, ich hoffe deswegen, meine Freunde, dass, dass ihr uns sieht. Ey, Leute, das wäre so lost, wenn wir jetzt einfach nicht gesehen werden, ey, ich hoffe einfach, der bekommt das mit. Also, meine Freunde, wir gehen jetzt mal rüber hier zu Lukas, okay, Lukas Brawl ist das, so, der 48-Stunden-Tube, mega, mega krass auf jeden Fall. Geht da alle rüber und schreibt Hashtag Feuerdurch in seinen Chat, ich schicke euch seinen Link hier rein, und dann geht ihr da einfach mal rüber und schreibt Hashtag Feuerdurch in den Chat, und hoffentlich sieht er uns, meine Freunde, alle rüber und Hashtag Feuerdurch, meine Freunde, ganz, ganz wichtig. Okay, so. Nein, doch. Okay, jetzt so, schreibt rein, Leute, Hashtag Feuerdurch, da oben sind schon die Ersten, ihr müsstest da alle rübergehen, Hashtag Feuerdurch schreiben, come on. Ey, bitte, du musst uns sehen, Lukas, du musst uns sehen, wann, macht alle mit, Leute, alle Hashtag Feuerdurch, come on. Okay, sieht der uns? Komm, bitte, seht ihr uns, man. Das ist mir mega, mega, RIP, wenn ihr uns nicht seht. Leute, strebt mal alle noch bei Hashtag Feuerdurch rein. Junge, 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 okay. Ist der ganze Chat uns vor, Leute, let's go. Komm, yo. Er sieht uns einfach nicht, was? Lol, schillig, Alter. Nice, auf jeden Fall. Er hat uns erkannt, das war schon mal nice, meine Freunde, das, alter, beim letzten Mal, wo wir es gemacht haben, war es echt ziemlich, ziemlich knapp, denn sonst haben wir es kaum nicht gesehen, aber, ey, diesmal hat es funktioniert, meine Freunde, nice. Okay, Leute, das soll es den Ausstieg für heute gewesen sein, nochmal vielen, vielen, vielen Dank an jeden, der beim Raid mitgemacht hat, ohne euch jetzt auf jeden Fall nicht funktioniert, aber ich will sagen, wenn ich das mir gefallen hat, dann lasst dir gerne einen Daumen nach oben, dann vergesst du nicht, mein Kanal kostenlos zu abonnieren, um kein Mal zu den Brawl Stars wie immer zu verpassen. Ja, und dann habt noch einen schönen Tag, ich bin so viel Brawl Stars, haut rein und bis morgen, meine Freunde, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.